Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher, der Podcast für alle Trash-Fans und die, die es noch werden wollen. Hallo da draußen, frohe Ostern, ihr Trash-Fans da draußen. Euer Trash-Taucher ist zurück. Die Feiertage halten mich nicht davon ab, hier Trash und B-Movies und Horror für euch zu sichten und euch aufzubereiten und damit die Feiertage vielleicht noch ein bisschen zu versüßen neben den ganzen Zuckereiern und Schokoladenhasen, die ihr euch wahrscheinlich schon in den Wands gestopft habt. Ja, denn heute habe ich auch ein Kaninchen-Thema, ein Kaninchen-Filmchen für euch rausgesucht, den wahrscheinlich viele von euch noch nicht kennen könnten. Denn ich beschäftige mich heute mit Rabbids bzw. Night of the Lepers. Durch die Ausrottung der Kojoten kommt es in Arizona zu einer Kaninchenplage, wodurch das Nahrungsgebiet der Rinderherden gefährdet wird. Da Gift auch die eigenen Herden töten würde, engagiert der Viehzüchter Cole Hillman den Wissenschaftler Roy Bennett. Dieser hat zuvor eine Insektenplage mit Fledermäusen erfolgreich bekämpft. Er will einige Kaninchen mit Hormonen behandeln, wodurch diese unfruchtbar werden sollen. Diese will er dann freilassen, um die anderen Tiere hierdurch zu infizieren. Doch leider entkommt ein speziell behandeltes Versuchskaninchen, dessen Nachkommen sich zu wolfsgroßen Riesenbestien entwickeln. Diese Mutationen vermehren sich leider genauso schnell wie ihre Artgenossen und schon bald wird das ganze Gebiet von einer Herde fleischfressender Monster beherrscht, welche Menschen und Tiere frisst. Da sich die Gefahr landesweit verbreiten kann, schaltet sich das Militär ein. Wird es ihnen gelingen, die Katastrophe aufzuhalten? Die Entstehung Ja, und das ist die große Frage, ließ sich die Katastrophe aufhalten? Nein, ließ sie nicht, denn die Katastrophe nennt sich Rabbids und entstand im Jahr 1972. Und eieiei, der Film tut echt weh, also so viel kann ich schon mal vor mir wegnehmen. Die Produktion, ich habe ein bisschen recherchiert, macht es auch echt nicht einfacher zu verstehen, warum das Ding eine Vollkatastrophe geworden ist. Denn 1972 ist so die Phase, in der der Horrorfilm natürlich immer noch populär war. Der Tierhorror so im Übergang war, aber auch die großen Studios haben immer noch drauf gesetzt. Und so hat auch hier MGM Geld investiert und hat 900.000 Dollar klargemacht als Budget, um Rabbids, beziehungsweise The Night of the Lepers zu verfilmen. Das ist eine Verfilmung, eine Romanverfilmung tatsächlich, die auf dem Science-Fiction-Comedy-Roman von Russell Braddon, das ist ein australischer Autor, der 1964 das Buch The Year of the Angry Rabbit geschrieben hat. Was er laut eigener Aussage innerhalb von vier Wochen fertiggestellt hat. In dem Buch geht es auch tatsächlich um Kaninchen, die Australien überrennen, eben durch ihre Überpopulation. Und er lässt dann halt auch noch so ein bisschen Atomkriegskritik einfließen. Also der Premierminister in seinem Buch beschließt dann kurzerhand sämtliche umliegenden Nationen, nachdem er die Kaninchenplage ja nicht erfolgreich bekämpft hat, hat er dann einfach mal beschlossen, cool, dann arbeiten wir jetzt mit Atomraketen. Dadurch werden die Kaninchen dann verseucht und werden so riesen Mutantenkaninchen, die dann über ganz Australien herfallen. Und ja, Ende. Also das Ding ist aber bewusst humorvoll scheinbar geschrieben, wie Braddon immer wieder erwähnt hat. Ja, und dieser Humor ist aber nicht mit in den Film eingeflossen, also so dieses Satirische. Und das merkt man auch, komme ich aber später nochmal drauf. Regie bei Rabbids hat übernommen William F. Claxton, ein Fernsehregisseur, der vor allem in der Zeit nach Rabbids durch zahlreiche Folgen, Regie von Bonanza oder Unsere kleine Farm eigentlich bekannt geworden ist, aber nie im Horror-Genre oder was hängen geblieben ist und auch davor nicht wirklich aufgefallen ist, da hier wirklich einen Paycheck-Job einfach gemacht hat. Genauso Paycheck-mäßig, ich kann mir das nicht anders erklären, denn es ist auch die Schauspieler-Riege unterwegs und die hat es nämlich echt in sich und wir haben hier einige Hochkaräter dabei. Ich fange mal an mit Stuart Whitman, der den Forscher Roy Bennett spielt. Whitman kennen vielleicht einige von euch, denn er hat eine Oscar-Nominierung bekommen für den Film Gebranntmarkt von 1961 von Guy Green, in dem er einen aus dem Gefängnis entlassenen Menschen spielt, der mit seiner Psychose zurechtkommen muss und dafür auch nominiert wurde, wie gesagt. Außerdem kennen wir ihn auch zum Beispiel aus die Comanjeros oder auch dem Kriegsfilm Der längste Tag und Schlefatzianer, da draußen aufgepasst. Am 9.04. geht ja die neue Schlefatz-Frühlingsstaffel los mit dem Film Macabra, die Hand des Teufels und Stuart Whitman spielt auch dort die Hauptrolle. Also er hat dann später nach seinen, ja, eigentlich erfolgreichen Tagen scheinbar sich hauptsächlich auf schlechte Low-Budget-Filme spezialisiert. Also, aber das hier, Rabbids, war dann der Auftakt vom Ende, könnte man fast sagen, für Mr. Whitman. An seiner Seite spielt Janet Leigh, die Forscherin Gary Bennett, also die Frau von Stuart Whitman im Film-Kontext von Rabbids. Und Janet Leigh ist wahrscheinlich vielen da draußen bekannt, vor allem durch eine geschichtsträchtige Filmszene made by Alfred Hitchcock, nämlich aus dem Film Psycho, die bekannte Duschszene. Die junge Dame, die dort, ja, abgestochen wird, obwohl sie nicht abgestochen wird, wenn man es nie zu sehen bekommt, aus diesem Suspense-Thriller von 1960. Janet Leigh hat hier die junge Dame in der Dusche gespielt und wurde dafür auch für einen Oscar nominiert, obwohl ihre Rolle ja nicht mal die Hälfte des Films tatsächlich mitspielt und sie auch relativ schnell das Zeitliche segnet. Und gerade mal zwölf Jahre später wurde sie dann für Rabbids herangezogen. Laut eigener Aussage hat sie dort mitgespielt, weil sie in der Nähe gewohnt hat. Also das Ganze wurde in Arizona gedreht und sie wohnte scheinbar direkt um die Ecke und hat gesagt, gut, deswegen kann ich mal mir noch ein paar Dollar dazu verdienen, wenn es doch direkt neben meinem Häuschen passiert. Dann kann ich abends sogar zu Hause schlafen und bin sogar noch nah an meiner Familie drin. Und ihre Familie ist auch sehr, sehr bekannt, denn wir wissen es alle, Janet Leigh war zwischenzeitlich auch mal mit Tony Curtis verheiratet, den ich erst letztens in meiner Videobesprechung zu der Manitou erwähnt hatte. Und die beiden haben auch sehr berühmte Kinder, vor allem Kelly und Jamie Lee Curtis. Richtig, Janet Leigh, wer es noch nicht gewusst hat, ist die Mutter von Jamie Lee Curtis, der Scream Queen der 80er Jahre. Und ihre Mutter hat hier auch bereits in einem, ja, nicht so renommierten Horrorfilm ebenfalls mal sich verdient gemacht, mehr oder weniger. Auch verdient gemacht hat sich Rory Calhoun, der hier den Rancher Cole Hillman spielt. Das ist ein relativ bekannter Western-Schauspieler, den wahrscheinlich den ein oder anderen von euch aus Filmen wie die Apachen oder Ähnlichem kennen können. Genauso, dasselbe gilt auch für Paul Fix, der hier den Sheriff Cody spielt. Und wir haben noch einen populären Namen hier im Cast, und zwar DeForest Kelly, der hier den Uni-Präsidenten Algin Clark spielt. Und DeForest Kelly ist wohl jedem Trekkie da draußen ein Begriff. Ich muss ihn nicht weiter vorstellen. Dr. Leonard Pillar McCoy, der Schiffsarzt der Enterprise, mit seinem bekannten Markantenspruch. Sie sind tot. Er ist hier leider kein Arzt, sondern nur ein, ja, etwas marketingorientierter Uni-Präsident. Hat aber doch eine sehr große Rolle tatsächlich in dem Film, der, wie gesagt, von MGM, also Metro-Goldwyn-Mayer, produziert wurde und von der Western-Produzenten-Legende A.C. Lyles. Mein Eindruck. So, dann fangen wir mal an mit dem Debakel. Vorneweg, also, Rabbids, beziehungsweise Night of the Lepers, ist ja kein Geheimnis, ist ein Tierhorror. Also, es ist auch nichts Neues. Tiere, die in irgendeiner Art und Weise aggressiv werden, riesengroß werden, sich unnatürlich verhalten und deswegen Menschen angreifen. ein klassisches Tierhorror-Bild, das man so im Kopf hat. Rabbids spielt allerdings in der Prä-Jaws-Zeit, also vor der Weiße Hai, der kam ja 1974, hat ja eigentlich so diesen Tierhorror-Hype erst nochmal so richtig befeuert, weswegen nach Jaws dann unglaublich viele Nachahmer oder Trittbrettfahrer einfach wieder aus ihrer Höhle gekrochen sind und noch mehr Tiere noch blutrünstiger haben machen wollen. Rabbids ist hier ein bisschen vorausgeprescht, hat sich hier eher an Altvorbilder aus den 50er-Jahren orientiert. Wir kennen hier zum Beispiel Tarantula, den bekannten schwarz-weiß-Riesenspinnenfilm von Jack Arnold, der unter anderem auch Creature of the Black Lagoon gemacht hat oder auch mit riesigen Ameisen, Formikula und, und, und. Also alles Mögliche wurde ja in den 50ern mutieren gelassen oder vergrößern lassen. Galt damals eigentlich weniger als Horror, sondern mehr als Science-Fiction-Film, weil es ja immer mit diesem Wissenschaftsaspekt zusammenhing und hier wurde es tatsächlich das erste Mal blutiger gemacht oder versucht zu machen, um wirklich in die Horrorschiene zu stellen, weil ja einfach diese Science-Fiction mit vergrößerten Tieren schon ein bisschen überholt war zu der Zeit. Man wollte was Neues machen, man wollte brutaler sein, man wollte blutrünstiger sein, man wollte gruseliger sein. Ja, und genau das alles hat Rabbids nicht geschafft, definitiv. Und wir fangen einfach mal vorne an bei der Story und die ist einfach wirklich so klassischer Sci-Fi und da merkt man so wirklich diese Vorbilder. Man nimmt, also die Grundformel für diese Science-Fiction-Tier-Horror-Filme ist ja immer, es gibt ein Problem, das man nicht lösen kann. Dann holt man sich ein schlaues Forscherteam, die wollen das Problem lösen, wurschteln dann irgendwas rum, es sieht auch erstmal ganz gut aus. Ja, und am Schluss bewirken sie aber genau das Gegenteil, nämlich es wird einfach noch schlimmer und danach geht die Welt unter, im schlimmsten Fall. Und die Story von Rabbids ist, ihr habt es vorhin gehört, einfach genau dasselbe, also es geht um diese Kaninchenplage, die eben diesen Rancher ziemlich nervt und dann ist er immer den ganzen Tag am Kaninchen jagen und seine Pferde treten dauernd in Kaninchenlöcher und er muss sie dann erschießen und alles und das nervt ihn schon ziemlich, ziemlich offensichtlich. Und er engagiert dann halt eben diese Forscher, um halt diesen, ja, diese Bumserei von diesen Kanickeln zu unterdrücken, indem sie halt irgendeine Hormonkur bekommen, an irgendwelchen Versuchskaninchen, die dann ausgesetzt werden sollen und dann quasi die Population senken lassen sollen, weil sie sich einfach nicht mehr vermehren können, weil sie dann einfach Totgeburten bekommen oder ähnliches. Also bei Tieren ist es ja legal, kann man ja mal machen, ne? Also Populationskontrolle, no problem, im Science-Fiction zumindest oder im Horror. Und hier haben wir genau dann das Problem von der klassischen, okay, Forscher kommen, wollen was lösen, machen es aber schlimmer, denn eins der Kaninchen wurde halt mit einem experimentellen Serum geimpft und, ja, die Tochter der Forscher, des Forscher-Ehepaars, will halt unbedingt eins dieser Kaninchen haben. Ja, und sie schenken ihr dann ausgesehen das Falsche, nämlich das mit diesem Experiment-Serum und sie geht dann raus und findet ihr Kaninchen ganz toll und dann kommt irgend so ein Junge und lässt das Kaninchen da abhauen, weil er dann voll grumpy ist, weil sein Dad ja nur Probleme hat durch Kaninchen und deswegen haut dann dieses Kaninchen ab und vermischt sich dann mit den freilebenden Kaninchen und pumpt dann so das experimentelle Serum schön in den Genpool der wildlebenden Kaninchen, die den, ja, netten Nebeneffekt haben, dass sie erstens super aggressiv werden, zweitens auf einmal Fleisch fressen und drittens, ja, so auf Hunde beziehungsweise Wolfsgröße mutieren und dann riesige Stollen graben und, ja, Jagd auf Mensch und Tier machen, also eine einfache Karotte tut's dann nicht mehr und ein ganzer Sack auch nicht mehr, da muss dann schon Blut, also so ein schönes, so ein schönes Nackensteak muss da dann her, hätt ich jetzt auch mal wieder Bock, Grillzeit ist demnächst, also es wird hier angegrillt, off topic, ich weiß, aber kommen wir zurück zum Thema, denn wir haben die Story, die so platt ist wie das Land in dem Spiel, also die haben das in Arizona gedreht, das ist halt so dieses typische Western-Flair, was man hat, also man hat auch die komplette Crew oder der komplette Cast ist auch eigentlich hauptsächlich aus Western-Filmen zusammengeklaubt, also ob jetzt der Kameramann, ob jetzt der Komponist, ob jetzt die Statisten oder andere Crew-Mitglieder, als hätten sie den Film einfach so zwischen zwei Western irgendwie reingepackt, so oh gut, wir haben die Leute jetzt eh gerade da, hey lass mal was anderes drehen außer Western, aber es müssen Pferde drin vorkommen, hey wir machen Riesenkaninchen, die wie Wölfe Jagd auf Menschen machen, wäre doch voll cool, oder? Naja, auf jeden Fall haben sie dafür auch eine hochkarätige Besetzung echt gekriegt mit Janet Leigh, Stuart Whitman, DeForest Kelly, die Frage ist wirklich nur, wie zum Fick haben die die dahin bekommen? Also bei Janet Leigh habe ich ja vorhin schon gesagt, sie hat sich angeblich dazu überreden lassen, weil sie eh in der Nähe wohnt, aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, warum Stuart Whitman zum Beispiel, oder ich sag mal DeForest Kelly, Star Trek war ja zu der Zeit noch nicht so krass populär, wie es jetzt heutzutage war, es war ja damals, als die Serie Ende der 60er Jahre lief ein ziemlicher, ja so ein Mittelklasse Erfolg bis Flop, deswegen gibt es ja auch nur drei Staffeln, das wurde dann erst später tatsächlich richtig erkullt, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er dann gesagt hat, na gut, ich muss jetzt halt irgendwie ein bisschen die Kasse aufbessern, dann prügele ich mich auch mal mit Kaninchen irgendwo in der Wüste in Arizona rum, also who cares, Hauptsache money, 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 wobei mit MGM ja ein großer Geldgeber dahinter gesteckt hat, also ich vermute von diesen 900.000 Budget ist einfach das meiste tatsächlich in die Darsteller geflossen, denn Effekte gibt es nicht wirklich, muss ich sagen, also da habe ich schon Filme vorher gesehen, die sich da mehr Mühe gegeben haben, wie jetzt zum Beispiel gerade in den 50ern mit Tarantula oder was, wo sie zumindest noch eine Spinne gefilmt und das Filmmaterial da dann drüber gelegt haben, dass sie eben gigantisch wirkt, das haben die hier nicht gemacht, sondern die haben echte Kaninchen eingesetzt, also das sieht man auch, dass es keine Fake-Kaninchen sind oder CGI gab es ja damals noch nicht, aber die haben halt einfach diese echten Kaninchen, um die überdimensioniert groß wirken zu lassen, halt durch eine Miniaturstadt oder durch solche Stollen hoppeln lassen, dadurch sehen sie halt riesengroße, also da ist dann immer so diesen schönen Schnittwechsel hin und her zwischen Schaustellern, die irgendwie dramatisch irgendwo in dem Stollen vor sich hin, oh mein Gott, oh mein Gott, da kommt irgendwas und dann siehst du die Kaninchen, wie sie in Zeitlupe durch so einen Stollen hoppeln und dann hast du daraus so eine ganz weirde Verfolgungsjagd zum Beispiel, es gibt aber auch Kampfszenen, wo dann auch tatsächlich Leute gefressen werden, das ist aber meistens bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten oder mit Nahaufnahmen so aufgenommen, dass man bloß nicht erahnen kann, was genau passiert, man sieht auch nur eine einzige Leiche wirklich mal, die mehr aussieht, als hätten sie so ein Dummy vom Roten Kreuz sich ausgeliehen, also ihr kennt diese Beatmungs-Dummys, hätten dem noch ein paar Beine oder was von irgendwelchen Schaufensterpuppen dazu gepackt und haben das Ganze dann mit Ketchup angemalt, also super, super billig und das ist auch, also Ketchup ist geflossen noch und nöcher in dem Film, denn die die blutrünstigen Kaninchen konnte man ja schlecht einfärben und deswegen durften die dann ja Ketchup schlabbern, ist ja auch gut für so ein Kaninchen, ne, ist ja, ja, ist ja 100% Tomate, gerade in den 70er Jahren darf man nicht vergessen, war ja alles, alles gesünder als heutzutage definitiv und für diese Kampfszenen, die halt so ein bisschen ruppiger waren, weil man konnte jetzt ja nicht einfach so ein Kaninchen in den Kampf schmeißen mit, äh, mit Pille und dann gab's ein Faustkampf, sondern es gab dann auch immer einen Backup-Typen im Hasenkostüm, der dann in diesen Kampfszenen eingesprungen ist und sich dann ja so schön Wrestling-mäßig einen Kampf mit den Opfern geliefert hat, also wirklich low budget noch und nöcher und das von MGM, das hat schon ein bisschen mich irritiert, wo ich gedacht habe, okay, von American International oder so kennt man das jetzt ja wirklich, aber warum MGM habt ihr so einen Scheiß produziert damals, also und fand die Idee auch noch geil und vor allem stelle ich mir eine, eine wirklich markante Frage, wo zum Fick sind die ganzen Hasenköttel in dem Film? Wo sind die denn? Du hast so viele Hasen, die haben angeblich ungefähr zwei Dutzend Hasen da im Film eingesetzt, die wirklich in vielen Szenen zu sehen sind und auch, wie gesagt, in Zeitlupe oder was auch immer, das sind echte Hasen, man sieht aber niemals, egal wo sie sind, ob im Stollen, in der Stadt, in irgendeiner Küche oder was auch immer, man sieht niemals Hasenköttel, das heißt, es muss doch irgendeinen Beauftragten gegeben haben von diesen Animal Wranglern, die dann immer mit der Pinzette rumgelaufen sind und unter Plastiktüte und haben dann überall schön die Köttel aufgesammelt und gesagt, oh ne, 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 die dürfen nicht auf Band sein, also Mutanten, Riesen, Killerkaninchen, die kacken nicht, ne, 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 die kacken nicht, ne, ne, die fressen nur, der geht nur rein und der Rest verdampft. Ja und wenn wir es gerade von heißer Luft haben, also es gibt auch wirklich absolut dumme Charaktere in diesem Film, also die Dialoge muss ich euch nicht, muss ich euch glaube ich nicht erklären, dass, dass man bei solchen Filmen natürlich keine durchdachten Dialoge erwarten darf, du kriegst einen Haufen Technobabble, was es mit diesem Serum auf sich hat und wie das funktioniert und was auch immer, es ist eigentlich scheißegal, man weiß nur, okay, es gibt dieses Serum, das soll das und das unterdrücken, das wirkt aber genau andersrum, hm, Pech gehabt und dann hast du absolut dumme Charaktere und einer von diesen dummen Charakteren ist tatsächlich die Forrest Kelly, denn dieser Uni-Präsident, ich weiß nicht mal, was er wirklich für eine Rolle spielt, er ist eigentlich nur so als Berater dabei und ist eigentlich nur so als neunmal kluger dabei, der ab und zu mal mit einer Schrotflinte oder einer Dynamitstange durch die Gegend rennen darf und er macht einen Bullshit nach dem anderen und ein Bullshit ist mir wirklich im Kopf hängen geblieben, ich hab's einfach mal den Sind die Hasen noch im Stollentest genannt und dieser Sind die Hasen noch im Stollentest geht folgendermaßen, ihr müsst euch vorstellen, die Forscher und der Präsident und der Sheriff sind gerade unterwegs zu einer alten Mine, in der sie vermuten, dass dort die Kaninchen leben, weil sie dort eben eine Leiche gefunden haben, so, und untersuchen eben auch das Plateau, unter dem diese Mine liegt, ist ja logisch und sehen dann auch, ah, okay, Kaninchen, stimmt, die buddeln Löcher, die kommen auch an anderen Stellen raus, ah, okay, wir haben drei Löcher gefunden, interessant, ist ja nicht schlecht, also du hast schon mal drei neue Zugänge, die man irgendwie dicht machen muss. Ja, und jetzt kommt der Uni-Präsident, aka DeForest Kelly, dann auf die Idee, ja, wir müssen ja mal gucken, ob da überhaupt Kaninchen da unten drin sind, und was macht er dann, ganz wissenschaftlich, er nimmt sich dann einen großen Stein, so Faustgröße oder noch ein bisschen größer, der halt so in der Gegend rumliegt und lässt ihn in eins von diesen Löchern fallen und dann hört man unten aus dem Loch entsprechend irgendwelche Geräusche von diesen Asthmatiker-Kaninchen, also die machen ganz merkwürdige Geräusche, ich hatte selbst mal Kaninchen, also ich wüsste nicht, dass die Geräusche machen, außer wenn man sie irgendwie falsch anpackt oder sie irgendwo runtergefallen sind oder festhängen, dann quietschen sie so ein bisschen, aber normalerweise sind die stumm, aber die hören sich eher an wie so eine Karawane von Meerschweinchen, die da durch so ein Tunnelsystem bollert und dann sich da einen abquiekt, also die haben hier wirklich ganz merkwürdige Soundeffekte versucht und der Forrest Kelly provoziert es dann halt, indem er diese Steine einfach in dieses Loch wirft und dann danach feststellt, ah, sie sind da unten, wow, no shit, Sherlock, echt krass, wow, sie sind Uni-Präsident, nicht ohne Grund geworden, definitiv, Props, ja, das sind die Hasen noch im Stollentest, den macht er übrigens später im Film nochmal, um dann festzustellen, dass die Hasen nicht mehr im Stollen sind, weil er dann schlussfolgert, ah, ich hab den Stein reingeworfen, es kamen aber keine Geräusche, die Hasen sind weg, es ist einfach super dämlich und ich hatte wirklich den ganzen Film durch so viele dämliche Momente, die aber nicht mal lustig waren, das war halt, weil einfach diese Effekte so scheiße sind, weil du nicht mal ordentliche Massaker-Effekte hast, es gibt einen Haufen Ketchup-Blut, diese echten Kaninchen sind halt alles andere, außer bedrohlich, wenn die die da einblenden, wie willst du denn ein Kaninchen bedrohlich darstellen lassen, wenn du nicht irgendwelche Attrappen oder was einsetzt, also es gibt nicht mal eine Art von Attrappe mit irgendwelchen Säbelzähnen oder was, weil in dem Film wird dann auch irgendwann mal diese Leiche analysiert und dann kommt der Arzt auf den, ja, auf die clevere Idee, das sieht aus, als wäre der Mann von einem Säbelsahntiger zerfleischt worden, ja, ergibt Sinn, ich meine, Kaninchen haben große Feuderzähne und was, aber zum Fick, dann mach doch einfach mal so ein geiles Kaninchengebiss mit so mutierten Zähnen, was dann so richtig so Wolf-Style irgendwie so einen Typen zerreißt oder was, das sieht man halt nie, die strampeln sich dann ab und da wird hin und her gecuttet und dann ist auf einmal da, Pfft, Ketchup, fertig, Mann ist tot, Frau ist tot, Kind ist tot, keine Ahnung, alle sind tot, es gibt ein Happy End by the way, aber gut, es tut jetzt nicht zur Sache, ich hatte ja wirklich krasse Vibes, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch Insel der Ungeheuer beziehungsweise Fruit of the Gods nennt er sich, ist auch so ein billiger Tierhorror von Bert Gordon, der lief auch in der letzten oder vorletzten Schläferstaffel zum Beispiel, wo eben riesige Ratten, die von irgendeinem merkwürdigen Matsch, der im Erdboden nach oben geschwemmt wird und alles mutieren lässt, werden die dann riesengroß und da haben sie das genauso gemacht, indem sie einfach normal große Ratten durch ein Miniatur-Setting gejagt haben und haben die damals sogar mit Paintball-Farben beschossen und alles, also richtig krasser Tierquäler-Scheiß, kann ich jetzt hier schlecht beurteilen, also hier werden zumindest keine Hasen abgeschossen, aber ich glaube, das hat denen trotzdem nicht so gut getan, aber ich hatte hier echt krasse Insel der Ungeheuer-Vibes und der war genauso scheiße. Genau, also Rabbids ist wirklich so ein, eigentlich ein Film wirklich zum Wegschmeißen und zwar, also nicht zum Verlachen, sondern vor lauter Kopfschütteln. Du schüttelst dich wirklich so stark, dass du irgendwann von der Couch rutschst, weil der einfach absolut grottig ist. Das Einzige, warum man sich angucken kann, ist halt wirklich der absurd hochkarätige Cast, den die dafür gewonnen haben und einfach diese, diese Machart, die Terror of the Lepus und was vermitteln soll, aber es passiert halt einfach, es gibt kein Terror, die sind einfach nur süß und fertig und wie, wie, wie willst du denn ein Kaninchen bedrohlich darstellen? Das kann eigentlich nur da hocken, mümmeln und, und rumvögeln. Das ist aber alles andere als bedrohlich und das hat, das ist halt echt, echt grausig anzugucken. Was aber lustig ist, es ist scheinbar eine echte DVD-Rarität, denn ich hatte echt Probleme, den Film hier auf dem deutschen Markt zu finden. Ich bin dann tatsächlich bei Ebay irgendwie fündig geworden. Also ihr müsst euch den Film jetzt allerdings nicht bei Ebay oder so kaufen, um Gottes Willen, also das könnt ihr euch wirklich sparen, aber ihr könnt ihn euch kostenlos im Internet anschauen, und zwar auf Plex TV. Den Link packe ich euch auch mal in die Notizen rein. Da könnt ihr euch den mal anschauen, ganz kostenlos. Ist auch eine relativ in Ordnung Qualität und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr vielleicht mit Rabbids irgendwie einen schönen Saufabend mal veranstaltet oder ein eigenes Schläf hat oder einfach mal so für zwischendurch an den Ostertagen. Also der ist auch kindgerecht, würde ich fast mal behaupten. Also der, dass der keine FSK 6 Freigabe hat, wundert mich. Also der FSK 18 tatsächlich, ist echt, echt verwunderlich, aber ja, also Rabbids, kein, kein wirklicher Geheimtipp, aber es gibt so ein paar Kuriositäten um den Film, weswegen man sich damit auf jeden Fall mal beschäftigen kann. Trivia. Ja und ein paar von diesen Kuriositäten habe ich euch wie gewohnt in meinen Trivia Facts zusammengetragen. Und zwar ist der Originaltitel Night of the Lapis eine ziemlich, ziemlich eindeutige Anspielung auf Night of the Living Dead von 1968, also der bekannte Zombie-Film von George R. Romero, an dem sich MGM hier entsprechend orientieren wollte und die Leute wegen des ähnlich klingelnden Titels in die Kinos locken wollte. Außerdem dachte MGM, dass der Titel Rabbids, der auch nur im deutschen Sprachraum benutzt wird oder international, aber nicht in den USA, die dachten damals, ja, Rabbids klingt viel zu harmlos und damit lässt sich doch kein Horrorfilm vermarkten. Deswegen ist auch auf den ursprünglichen Werbematerialien wie Postern oder Trailern oder was auch nie die Rede von Kaninchen und man sieht auch nie welche. Also im Trailer ist dann nur von irgendwas, was sich noch schlimmer und schneller vermehrt als Ratten die Rede, aber man weiß nicht, um was es tatsächlich geht und man ging scheinbar davon aus, dass auch viele einfach nicht wissen, dass Lepus der lateinische Name für Kaninchen ist. Von daher, ja, well done MGM, das habt ihr euch gut durchdacht. Interessant in der Entstehung von Rabbids ist auch, dass es angeblich ein Ursprungsskript gab, das Night of the Lepers hieß, also Leper ist ja Lepra im Englischen, also Night of the Lepers sollte dann um, ja, mutierte, aggressive, Lepra-Kranke und Tote gehen, also schon näher dran an George Romero. Allerdings gibt es da den Mythos, dass einer der MGM-Produzenten dieses Skript beim Abendessen gelesen hat und während dem Essen dann einen Weinfleck auf das Skript getropft hat und dann war das Lepers nicht mehr richtig zu lesen und er hat dann so vor sich hin, äh, Lepers, und hat dann ein Kaninchen draus gemacht und hat es dann, seine Tochter hat es angeblich mitbekommen und fand die Idee voll putzig und er hat dann gesagt, okay, wir schreiben das Skript um, aus Lepra-Kranken werden Killer-Kaninchen. Vorhin hatte ich ja schon kurz erwähnt, dass Janet Leigh die Mutter von Kelly und vor allem Jamie Lee Curtis ist, die ja dann durch Halloween und Prom Night zur Scream Queen wurde. Sie wollte allerdings nicht, dass ihre Töchter groß mit Horrorfilmen in, ja, Kontakt kommen, dass sie sie schauen oder darin erkannt werden. Sie hat ihren Töchtern zwar erlaubt, wirklich in der Mini-Mini-Mini-Rolle, die nicht mal in den Credits genannt wird, in Rabbids aufzutauchen, aber eben mit unter diesem Vorbehalt, dass ihr bloß niemals irgendwas mit Horrorfilmen zu tun haben werdet. Ja, was aus Jamie Lee Curtis wurde, wissen wir ja inzwischen, nämlich eine fucking Horror-Legende. Und der letzte Fact dreht sich um die Star Trek-Legende, die Forrest Kelly, der hier außerhalb des Star Trek-Universums auftritt und es war auch tatsächlich sein letzter Realkinofilm ohne Star Trek-Thematik, in dem er aufgetreten ist. Alle nachfolgenden Kinofilme hat er nur noch in der Rolle des Pille gespielt. So, das war's mit dieser Folge zu Rabbids beziehungsweise Night of the Lapis hier vom Trash-Taucher, eurem Lieblingskanal zu Trash, B-Movies und Horror. Das nächste Mal habe ich ein kleines Special für euch vorbereitet und zwar ist am 14. April Bird Gummer Day, deswegen habe ich ein Tremors-Special mit Gästen für euch im Petto. Deswegen kommt die Folge dann auch mittwochs anstatt montags, aber in Überlänge. Also ihr könnt euch da definitiv schon mal auf eine sehr, sehr unterhaltsame Spezialfolge freuen. Außerdem werde ich auch wieder ein Video auf YouTube hochladen. Diesmal geht es um ein Media Book zu Stuart Gordon Stolz, das jetzt ganz neu am 8. April erscheinen wird. Da könnt ihr definitiv mal reinschauen. Wird in den nächsten Tagen ebenfalls auf YouTube erscheinen. Und Programm-Tipp fürs Free-TV. Am 9. April startet die Frühjahrs-Staffel von Schlefatz. Am 9. April geht es los mit Macabra, die Hand des Teufels mit Stuart Whitman. Also schaut da auf jeden Fall rein. Ich werde dabei sein. Vielleicht trifft man sich dann ja beim Twittern oder so. Auf jeden Fall hoch die Tassen. Ich war euer Trash-Taurer. Frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.